Juli und hier ist nur mal aus war es richtig noch bei dir ist ich es ist richtig so hallo leute und willkommen zu dritten folge war vor dritte folge und wir sind jetzt nicht mehr mehr zu zweit ja der wirst der einstürzt werden mitspieler der total ist und ich weiß da er sich so gut mit der getaus kennt haben wir ihn doch ausnahmsweise mitspielen gelassen wie ihr seht es nicht bei unserem alten zuhause so denn wir wurden gehört er hat ein unsere freunde hat unsere freunde ja genau hat unser altes aus hier in die luft gespeckt war eh nix großes drin und das ist so zu sagen und sagt genau was die lage noch um zum Ziel Frauen Frauen ja sag doch mal was, stell ich doch mal vor so ich bin der Pixel von dem Kanal Grand 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 ja ich bin auch ein YouTuber und nehme das ganze auch auf und das ist hier mein erster Part ja und übrigens das ist noch mal Hardcore für ihn verstanden wenn er steht was ist er draußen oder umgekehrt wenn ich sterbe machte zum Beispiel jetzt zwei Wörter ich werde nicht schärmen das ist so ich habe ein Lerner nicht er kommt jetzt den Titel die sind mit Tinte er ist schon Essen ich hatte ein Essen alles habe ich schon gegessen insgeheim Schwenner ich und draußen machte der Weile und Zorgsau in der Saar ja ja ich mache jetzt aber das ist auch ein Irons Wort es ist so ja also bei mir wird zu sein ihr wisst ja um wird ja auch sehen dass ich ja schon Prozent ein ein Ticket Projekt angefangen habe das ist also nicht eine Ersetzung oder so das ist auch ein normales Projekt das ist dann das andere wird auch weitergeführt das ist ja einfach Hardcore kurzfristig ja man steht noch draußen ist das cool ist einfach dass ich wenn ich um alleine aufnehmen würde dann hätte ich wieder so ein Haufen und so viel vor produziert das cool finde ich einfach wenn mehrere aufnehmen und mehrere manchmal dann nicht online sind das finde ich so cool da ist dann sonst einfach zu viel aufnehmen alleine und ich bin so ein Tieter und hab schon schon Roby gefunden und Eisen und noch mal Raui und das ist so eine Aux-Rage-Facher das weiß ja niemand wer redet im Hintergrund bei wem dein Vater rät Alter Lön 4 Roby Oh shit und er hat die Gewinn der Aufmerksamkeit die hat man bei mir aber das ist eher schätzt das nicht den in der aufnahme ja schon aber das sind starke sind die dürfen dass er er kann sich die medizin zu machen oder sowas ja ich hab der sitzt neben mir abend schnapp natürlich nicht so was ich kann mich ein bisschen leiser drehen so da sollte ich jetzt schon ein bisschen leise wollen und wenn ich das jetzt so dann solltet ihr euch auch nicht so hören du bist also schon die Osküche und müssen sich leise gewohnt nur rutsch um mich ich bin schon oder er hat nun ist es schon ja also der Friedrichson so bisschen lauter schreit hier in der Wohnung in der wir sind hier gerade um zu tun und für die Besuchung ein bisschen mit einem anderen ja wir haben ja vorgenommen wird falls sie es ist immer das war dann für die anderen Parten da haben wir das nicht in als hirschung haben wir sind Spana dieses Bonner ein Kripper dieses Bonner enthält ein so scheißen Ruiz auf 4 Interessant Arndt Mabel ich ein auf Mabel mit dem Korn so geil bauen mit dem Zeug wir haben es an die Logik Matrix Programmer den Kanzler noch mal mitnehmen um den kann man irgendwie etwas kann man aus dem machen aber noch nie den habe ich auch schon mehrmals in Dungeons gefunden der wir haben hier gerade ein Dungeon Hartgott hat Kormann die Scherzer und langweilig ich hatte manchmal denke ich ist das gar nicht Hartgott Spiels einfach ganz normalen dann stellen wir nicht so erledigt sich gegen den gegenzertet so wir haben jetzt schon ein Iron Firmes und Freunde um Prozent der Fall war so ganz heißen ich habe kein solches Eisen gefunden er hat das ein Jahr X-Ray wir bräuchten mal ein Generator ja klar bräuchte mal X-Way da brauchen wir aber noch hin und so was wir nicht haben du kannst du mal deine ganze Sache in dein Inventar mal hergeben ich? uh ich bin im Cheat Mode äh ich tue das nicht ich bin so sofort wieder extersee in der Aufnahme in der Cheater HD drück dich halt nicht ja genau bringt mich um okay ja nämlich gibt es mich für die Kinder um er kroki kann zwar ein ganzes Zeug aus du hast in die Kiste legen ich bin in meinem ja ja ich kann meine ich weiß dass das Geld die in die Luft gesprengt sind ich habe zwar nicht so aufgesammelt und aber egal ob das so viel aufgesammelt Naja ja dann ist auch gar nicht von mann wie einfach das Kopper nicht mitnimmt also bis zu einem das ist was ich bin so gut und ich bin jetzt nicht mal manchen von Anfang an er müsste es am besten mitnehmen da ich das brauchen er aus Problem ist halt jetzt zu überlegen so ist es nicht so lang und zweitens scheiße ich kann nicht mal so längst und negativ ja und was dagegen ja und was dagegen ne das wird nacht das ist nicht so gut also und dann Saphiren nimmt dann nicht mehr mit ah du bist so krank die nehme ich mit ja nein nicht ich komme jetzt deinen Weg was finde ich sie sind die 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 sind die Spanke sind neu gespawnt der Welt in der Welt erpackt und ein Watt ist dort vier Lied und zu mal das nämlich nicht mehr ich denke immer eigentlich hier ist das was jetzt noch ein bisschen zählen also bis zu ein kranker Junge ich brauche dazu egal das Kohl übersehen ich habe Kohl übersehen wie schlimm der Erwischen das ist ganz schlimm und sich sagt es Kult-Fahrts hat vor zu sehen ich schon wieder Koppa und da ist wieder Saphire Prozent anwärts schon jetzt auch so was Mann die No ja ich habe kein Platz für Koppa also ich gehe mal drauf bin ich auf finden würde beim neuen noch nicht nennen ich auch noch nicht aber ich glaube ich dass ich bin oder besetzt eine Fackel über übern Eisenblock also Eisenohr ja klar warum nicht es hat so schön viel Koppa ich denke nach jeden Block den ich unter mir abbaue das dort Prozent ein das dort Lava watscht er hat dann steht schon bis draußen das ist ja hier die Befürchtung du verlinkst ja unseren Kanal oder erhört ergenauern ist wir waren wir haben ich will aber wir haben das das ist genau zu sagen genau klar abonnieren Salam mit mir mich hier bist du in 8 schien um die Gäste ich mich zu den Zepänen ja Zorgen da oben da oben ist die Beiß wenn du da hochkommst ja und so ist es wert ist ja nur Hardcore juli und hier ist er hier sie werden wir sind schon mal ein eigenes Tier schwert machen ich habe Angst ich mache das eigentlich das man nicht so in der Aufnahme tust jedes Mal Karten lassen ich hatte die ganze Zeit Blackscreen in einer Karte er hat ja die Aufnahmen es ist gerade vorher auf abgeschmiert ich habe ihn gerade vorher und von dir ist gefunden ihr seht ihr meint St-Mining-Gang ja ich habe mich hier bis in Römer und nur hier sehen ist natürlich nicht die X-Welten an ein Doppelstelle ich ganz schwer das wird wenn ich jetzt hier X drücke dann ist es kein X-Ray das ist ganz Standard-Ticket-Mod das heißt der ist X-Ticket und ich bin zu Tranien gefunden weiß es ist es heißt wir können Atomkraft mehr das ist recht alles wird um gedacht unser Atomkraft ist er sich ja und ist für alles und Kraft nein danke da musst du meine Erkrankung der Kruse an 20 nicht vor sagt wird und auf den Banker du bist nicht effizient als ich hier ich bin zu viele Sachen du bist nicht effizient dann muss nicht zentrat wenn er für die Enz ist schlecht dann Existenz schlecht nur ein Muder ist nicht aber ich habe gleich und die erste endlich bestät ich will die es hast gefunden und zwar 2 aber ich mache mir keinen Dierschwert ja egal du kannst sie verwalten wie du willst danke ich werde vielleicht für ein MFE oder so warte wie ist es hier beim MFE ach so da braucht man diese roten bei Ultimate konnte man nein bei Ultimate konnte man aus Rabi konnte man Energy Crystals machen das kostet ja ein bisschen Diamanten und wenn ich jetzt hier Bödingen ja du musst ja das muss man schon mit Diamanten machen drei Diamanten kostet der also ausgeben ich da nicht wenn ich mich nicht so ich brauche und viermal ich war hier mal legen nur ein kleiner Unterstuhl es war dann habe ich hier noch ein bisschen Nicolait weil es so nötig ist waren was brauchen die Klinik aber er werde ich den wenn dann will ich den Nicolait für die wie dem Maas für die Klinik das das ist mit der Atomkraft und umgrafts habe er 18 und ist auch gut schweißer das ist das und hier ist gerade Lava aber das Verfahren mache ich hier einfach nur mal auf die aus war es gefährlich und umgraftmacht und und ich habe jetzt nicht hier empfiehlt ich habe jetzt dann noch bei dir ist die Räste hat nach der Räste also er bekommt einen emotionalen Anfall wegen Redstone ich will ja hier ist wenn du mal Redstone Lachen ich habe schon doch auch gerade Lappen zu mir gesagt bist du schon ins Block und du ich noch nicht das Lappen zu mir gesagt Lappenlachen zu ins Block zu mir sagen wie es wohl aber ich habe jetzt sechs die es in einem Tag du bist auch hier ja ja dann hätte ich auch die es gefunden wenn die dort wären ja sie waren hier gerade ja dann bin ich ja super hast du den Timer gestellt ich nein ich habe ihn gestellt nur erst später Genie ist gut und wie lange nehmen wir schlafen 8 der hat sie gehabt ich schätze mal 13 Minuten schätze ich mal Lötel die die Wampel ist so einig zu viel Diamanten ich weiß nicht die ich habe was ich sage die Dummen haben das Glück ich bin 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 voll von dem abkürziger fix für du weißt ja also wie ich jetzt richtig mangeliebe ist ich ich riski riski grad mein leben für redstone ich habe schon neun schweine schweinige schwänzschweine wie sie sage ich wenn man durch ein leck oder so stirbt dann hast du ein schiff wir haben aber nicht nur ich habe richtig viel gold jetzt noch zwölf kohle 3 als er prägt sich für die jahre ich habe mit dem künft hat man nur aber mit dem hat das echt Spaß kommt das sehr gut ist nicht zu kommen ich weiß er selbst sich erschmerzten doch und jetzt wir sind nur ist jetzt nicht viel eisen und zugesammelt wenn sie uns nächstes Jahr wieder mich hier ist die Kisten oder sowas gebaut die Heimsen was für ein Lager ich ein eigenes Geburt er wird ein Lager scheiße ich habe gesagt einfach da oben es ist ein Konkurrenz der Superbezeichnung weil ich hier genau weiß wo da oben ist als ich dich getroffen habe um das da oben dort neben drüben alter Gruppe du weißt als ich gesagt du hast du dich zu mir tp tausend um weiß das gar nicht so ich habe keine Spitzerkammer als ich dich dauernd mit einem Mann war er sich jetzt gezeugt haben warte kurz dann kannst du sonst zu mir kommen ein bisschen Holz weil ich bin ich dann einfach her zu mir weil es ist cool die es kommen noch nicht weiter mit Gold kann es auch Diamanten machen ja das ist urspät und in Hardcore glaube ich wäre man gar nicht zu weit kommen was war Elmer er denkt richtig negativ weiter ich will ja ich will also bei mir ist ganz weg mehr so ich bin hier ich bin hier ich bin hier ich bin so ich bin ein Bild ist gebotten es ist so cool hat dann in der sachen daraus und so sind an unsere Pels warum mehr immer alles was du brauchst du siehst die ich schon dort haben schon ein Verlust und so wir haben wollen wir haben für uns heute auch da wir hatten schon von ganz also für mich als Bild die Ska jetzt kommen ja ich bringe ich nun trauen ich muss nicht tun weil er der Welt war eigentlich wie das nicht aber schon also ist bei mir zu sehen Grazzykne was soll ich tun weil ich gebe ich dann welcher er weiß dass ich mache ich habe jetzt noch passen pläntes richtiger Zeitpunkt alter neben jetzt du würdest du bist du bist du bist du bist du bist du bist du hast ein da haben wir sagen wir wollen schon wie lange ist es jetzt aber ich schätze mal 15 Minuten oder achtsam sowas ist uns er also waren die ist Prozent